Wir laden Sie ein zu einer neuen Draußenandacht. Kommen Sie mit! Liebe Freunde und Freunde unserer Draußenandachten, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Andacht. Kennen Sie das? Sie fühlen sich unfrei. Sie möchten gern frei sein, aber Sie fühlen sich plötzlich innerlich unfrei. Wie in einem Gefängnis? Mir leuchtet das sehr ein. Man hat Angst, das Leben hinter Gittern zu verbringen. Man hat Angst, wie in einem Gefängnis zu sein, wo Alltag und Gewohnheit einen gefangen nehmen und man an dem Eigentlichen im Leben vorbeilebt. Das ist ja das, wovon uns auch die Bibel warnt, dass man das eigentlich im Leben versäumt und sich um Unwichtigkeiten kümmert. Ich wünsche Ihnen eine befreiende Andacht. Amen. Hören wir zu unserem heutigen Thema, die heutige Bibelstelle. Es ist die Geschichte der dramatischen Rettung der beiden Apostel Paulus und Silas aus dem Gefängnis. Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und sangen. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und zugleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln fielen ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selber töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind doch alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, Liebe Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten dem Aufseher das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und der Aufseher nahm sie zu sich in derselben Stunde in der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Liebe Freunde und Freunde unserer Draußengottesdienste, gehen Sie gerne in den Keller herunter? Ich eigentlich nicht so gerne. Dort fühlt man sich ja wie im Gefängnis. Paulus und Silas waren in genau so einem Gefängnis, dunkel und muffig. Und manchmal, da geht es uns wie den beiden im Gefängnis. Dann fühle ich mich gefangen, machtlos und klein. Man wird zum Beispiel ausgelacht, Freunde lassen einen allein. Es gibt verletzende Worte, es gibt Gruppenzwang, es gibt Leistungsdruck. Es gibt wegschauen, wegduken, schweigen. Manchmal habe ich ganz schön Angst vor dem Morgen und was da kommt. Eine überfällige Entschuldigung, ein Arzttermin, ein Geständnis, eine schwierige Bitte. Die dumpfe Höhle irgendeiner schlimmen Angst. Wer nimmt mir die Angst in solchen Augenblicken? Wer hält meine Hand? Wer zerbricht mir meine Ketten? Und wer reißt die Kerkertür ein? In unserer eben gehörten Bibelgeschichte waren Paulus und Silas mit Feuereifer unterwegs. Sie erzählten den Menschen von Jesus. Sie kamen ins Gespräch. Sie hörten den Menschen zu, so wie Jesus es ihnen gezeigt hatte. Schließlich wurden die beiden aber ins Gefängnis geworfen. Aber sie verloren ihren Glauben nicht. Im Gegenteil, ihr Glaube machte sie frei. Und nicht nur sie, auch uns. Und dann kann es sein, mitten in der Nacht, und wenn es die schwärzeste Stunde wäre, in einem Loch, in einer Kammer, im Dunkeln, das Mut aus deinem Herzen aufsteigt und du singen kannst. Und die ist, als ob deine Fesseln von dir abfallen und plötzlich Türen offen stehen, die verschlossen waren. Das berührt mein Herz und macht mich mutig, trotzig und widerständig. Und plötzlich stehen die Türen offen und der Gefängniswärter merkt, er ist es eigentlich, der unfrei ist. Er, der Gefängniswärter, ist unfrei und nicht die beiden Männer, die innerlich so frei sind, dass sogar Gefängnisbauern sie gar nicht halten können. Der Gefängniswärter merkt, er ist es, der unfrei ist. Und er fragt die beiden, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Rettung und zwar nicht nur vor der offensichtlichen Bestrafung, die ihm droht. Der Aufseher weiß gleich, diese beiden Männer, die sind meine Chance. Die Chance, aus meinem eigenen, aus meinem inneren Gefängnis herauszukommen. Und zwar mit Hilfe von Paulus und Silas, die zwar äußerlich gefangen waren, aber im Inneren vollkommen frei waren. So frei, dass sie mitten in der Nacht, mitten in einer komplett ausweglosen Situation Loblieder singen konnten. Ich kann den Gefängniswärter gut verstehen. Seine Zwänge, die Zwänge, in denen ich als Mensch feststecke. Die äußeren Umstände und die inneren Antreiber. Es ist ein Wunder, wenn Gott es dann möglich macht, dass Ketten zerspringen und Mauern ins Wanken geraten. Es ist ein Wunder, wenn Menschen die innere Freiheit erleben. Der Gefängniswärter, das könnte ich sein, oder ihr, befreit dazu, unser Leben nun frei zu leben, verantwortlich gegenüber Gott zu leben. Schauen, wo wir auch anderen aus ihren Gefängnissen helfen können, wie auch immer das denn aussieht. Gott wird schon für die nötigen Wunder sorgen. Und dann ist alles andere egal. Dann wage ich mich raus aus meinem Gefängnis, steige aus meinem schützenden Kerker. Dann mache ich mich angreifbar. Dann mache ich mich eben verletzlich. Dann schaue ich nicht mehr weg. Ich suche nicht mehr den Windschatten. Ich mache mich nicht klein. Und ich werde nicht leise. Ich trotze der Angst und wage es zu laufen und zu träumen. Kannst du aus dem Kerker herausgehen? Hast du den Mut, hast du den Schritt? Trau dich, komm hin. Du musst es nicht allein tun. Du musst es nur wagen. Du musst den Ruf nur hören, nur die Hand ergreifen. Sie stehen dir entgegen, immer schon und immer fort. Komm, bist du bereit. Nimm dir mit als Vorrat in die Tage, die kommen. Als Wegzehrung, als Mutvorrat, als verrückte Idee, als unverrückbare Wahrheit. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott segne dich und behüte dich. Gott, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen befreienden Sonntag. Mit meinem Gott kann ich über Mord springen, Berge versetzen und verrückte Lieder singen. Mit meinem Gott kann ich übers Wasser laufen oder durch die Fluten gehen, ohne zu ersaufen. Mit meinem Gott kann ich über Mord springen, einfach unglaublich, dass er das tut. Ich kann es gar nicht fassen, dass er mich mitnimmt. Kaum zu glauben, aber es tut gut. Mit meinem Gott kann ich wie mit Freunden sprechen, Menschen begeistern und die stärksten Ketten brechen. Mit meinem Gott kann ich durch die Wüste reisen, mit fünf Brot und zwei Fische viele Menschen speisen. Mit meinem Gott kann ich über Mord springen, einfach unglaublich, dass er das tut. Ich kann es gar nicht fassen, dass er mich mitnimmt. Kaum zu glauben, aber es tut gut. Mit meinem Gott kann ich über Mord springen, mit meinem Gott kann ich über Mord springen, einfach unglaublich, dass er mich mitnimmt. Mit meinem Gott kann ich über Mord springen, einfach unglaublich, dass er das tut. Und ich kann es gar nicht fassen, dass er mich mitnimmt. Kaum zu glauben, aber es tut gut.